ich habe heute eine nachricht von youtube bekommen so ja jetzt ich habe gerade das video hochgeladen mit der ddr und sie jetzt hier ich mache es mal ein bisschen kleid und zwar verstöße deines kanals ich war wieder mal böse wir gehen das jetzt mal zusammen durch ich habe es noch nicht komplett durchgeklickt ich war bloß ein teil und war dann ich dachte ich hatte eine meldung wo ich meinen kommentar geschrieben habe da wirklich ja im nachhinein nicht ganz so gut war sagen wir mal war scheiße von mir so und ich dachte die ganze zeit das war der verstoß und jetzt habe ich aber noch mal in neuen gekriegt ich habe das gar nicht mitgekriegt da ist vom 19 november habt ihr mitgekriegt ich habe besuch gehabt und so kommt dann auch noch video blablabla und hier steht jetzt keine beschreibung verfügbar blablabla belästigung und cyber mobbing ja hier blablabla könnt ihr euch selber durchlesen dass das jetzt 90 dache ist und blablabla und hier steht wenn du der meinung bist dass wir einen fehler gemacht haben kannst du beschwerde einlegen gehen wir mal auf aktiv werden bei dem inhalt liegt möglicherweise ein problem vor wir haben in deinem post vom 19 november inhalte gefunden die möglicherweise gegen die richtigen von youtube verstoßen zum schutz der community wurden die betreffenden inhalte entfernt du kannst an einer schulung teil blablabla also erst mal entfernt obwohl es unrecht ist und da ist möglicherweise sichtbarkeit hier entfernt und ich kriege eine verwandung dafür gehen wir auf überprüfung und dann stellen wir fest müssen wir kriegen jetzt hier die liste umfasst die probleme die ermittelt wurden macht aber dass dein innerhalb aller richtigen entsprechend müssen nicht nur denen die auf dieser seite genannt wurden also absolute willkür darauf solltest du achten inhalte mit gezielten belästigung und böswilligen beleidigungen wie rassistischen bemerken sind auf youtube nicht erlaubt dazu gehören insbesondere stärkungen drohen unerwünschte sexualisierung wiederholte beschimpfung oder böswillige beleidigungen die sich auf unveränderliche eigenschaften beziehen ok so und hier haben wir erstmal ein bild wo ich hatte damals den post gemacht mappet show da ging es hier um gewisse sachen sage ich jetzt mal und auf die sache bin ich gar nicht eingegangen das lustige ist ihr seht ja hier 1799 likes so leider ist das ja jetzt gelöscht wurden dann ein paar von euch haben es vielleicht gesehen in dem post und der kommentar von mir war 1700 aufrufe habe ich fehler gemacht ich meinte natürlich likes und kein nicht ein kommentar jungs da habe ich geschrieben das ist ja wie bei den geld heinis auf youtube wenn er ja alle millionäre wenn er an seinem teilnehmen kauft ihr selber die likes und aufrufzahlen einfach eine ganz normale frage ich weiß jetzt nicht was jetzt hier eine böswillige beleidigung belästigung das ist doch offensichtlich auch jetzt mal grüße gehen raus an youtube hier wird euer melde system missbraucht um das botten von den likes geheim zu halten also meiner meine nach ist die meldefunktion hier missbraucht wurden um weiter den schein aufrecht zu erhalten dass dieses video hier 1700 leute gefallen hat und aber hat leider keiner einen kommentar geschrieben wer das noch kloppt aber dann muss noch komplett bekloppt sein dann habe ich geschrieben ein jahr oder ich weiß nicht mehr schlupe weil es eben ja online war oder sonstiges wie gesagt ich habe jetzt hier nicht weiter geguckt ich weiß nicht wie es jetzt weiter geht wir gehen mal zusammen auf weiter an richtlinien training teilnehmen soll ich also den blödsinn noch lernen den fake wie man richtig fällt solches ob es gucken oder was ach so aber ich werde gesperrt wenn ich auf youtube botzkopf was ist denn das für eine doppelmoral das ist doch eindeutig dass der botten tut alter und ich spreche das an und da dafür gemeldet wird die frank alter dass unsere schöne welt in damen leben natürlich reiche ich hier beschwerde ein deine beschwerde wird geprüft vielen dank für sein reichen du hältst eine e mail von uns wenn die berufung abgeschlossen wird sowieso abgelehnt das geht dann wird abgelehnt und ich soll halt jetzt wahrscheinlich das training machen um die botter zu unterstützen weil youtube was ist denn da bei euch los alter was ich habe doch niemand beleidigt nix das ist eine offensichtliche tatsache ich habe nicht ein video auf meinem youtube kanal wo ein like drauf ist oder 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 mehr wie zehn wo kein kommentar ist das gibt es nicht das ist doch totaler betrug ja beschwerde eingelegt ihr seht das ist gerade der 18 also ich nehme das video jetzt gerade auf und kann euch natürlich jetzt die entscheidung nicht kundgeben aber ich wollte das jetzt einfach mal aufnehmen weil ich vermute dass das wenn die entscheidung gefällt ist kann ich euch das ja hier ja nicht mehr zeigen deswegen dachte ich mir nehmen wir es jetzt gleich mal auf und ja ich ich denke das wird so loben dass youtube entscheidet dass das rechtens ist youtube macht ja keine fehler und da kannst du dann klagen für 5000 euro vor gericht ne bei einem privaten youtube ich verdiene kein geld nix mit alter what the fuck ich kann ja nicht klagen gut da müssen wir dann aber so wertvoll ist der post auch nicht ne wenn wenn so ein scheiß mal ist ne ich habe keine 5000 euro oder so um da irgendwelchen müll zu machen und ja ich höre dann mit youtube auf leute oder wir müssen halt eine spendenaktion machen oder sonstiges wo wo man dann klagen tut oder so aber ich habe da kein bock drauf ich würde mir dann ja eine andere plattform suchen wenn das mal der fall ist ja ihr werdet mich schon wieder finden sage ich mal ne ja ich denke das war es mehr kann ich jetzt hier nicht machen ist halt eine warnung wenn da drei jahre hast oder so kriegst du dann hier sperre und bla oder upload sperre oder irgendeinen scheiß ja keine ahnung das finde ich schon das finde ich schon ziemlich krass so dass das youtubes community richtung hier missbraucht werden ja gut ist wie es ist ne wollte ich euch mal dran teilhaben lassen ne was hier so auch da mal reingeflattert kommt tschüssi